Guten Morgen, dies ist der 14. Tag meiner 21-Tages-Challenge Vitamin Grün und Du Deine Beste Medizin. Heute bleibe ich mal im Homeoffice und da ist es wichtig, dass man einen Tag gut strukturiert und eine vernünftige Mittagspause macht. Das ist die 60 zu 40 Idee. Das probiere ich heute ganz bestimmt aus, versucht es auch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Geschäftsführer und Verleger von Optimum Medien und Service GmbH und bis demnächst. Ciao.